Hückelhofen, Türkei, am Sonntag brachte Sarafina Wollny, 28, ihr drittes Kind zur Welt. Oma Silvia, 58, verkündete die Geburt ihres 18. Enkels via Instagram. Nun hat sich auch ihre Tochter erstmals persönlich zu Wort gemeldet. Erst vor wenigen Tagen hatte sich die 28-jährige TV-Bekanntheit, die Wollnys, von ihren vielen Fans auf der Social-Media-Plattform in die Babypause verabschiedet. Diese hatte sie bereits vor mehreren Wochen groß angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte wohl noch niemand, wie schnell es mit der Entbindung des Geschwisterschens für die Zwillinge Kasai und Emory, beide zwei, tatsächlich gehen würde. Doch keine 24 Stunden später war es dann soweit und Sarafina konnte ihr drittes Wunder überglücklich in die Arme schließen. Trotz der selbst auferlegten Instagram-Auszeit meldete sich die Blondine nun aber überraschenderweise doch nochmal bei ihren über 600.000 Followern. In ihrer Story-Repo stete sie den Beitrag zur erfolgreichen Geburt von Mama Silvia. Dazu schreibt Sarafina, Willkommen, kleiner Schatz, wir sind überglücklich und dankbar für unser drittes Wunder. Darüber hinaus sprach die Türkei-Auswanderin in Teilzeit allen ihren Dank aus, die sie mit lieben Worten und Glückwünschen bedacht haben. Reality-TV-Star Sarafina Wollny auf Instagram Geschlecht und Name bilden weiter ein großes Geheimnis. Zu den ersten Gratulanten zählten natürlich auch diesmal wieder die Schwestern der gebürtigen Nordrhein-Westfälin. Mit herzlich willkommen auf der Welt, du süßes Würmchen und herzlich willkommen auf der Welt, du süßes, kleines, hübsches Baby, kommentierten etwa Estefania, 21, und Lavinia, 23, die Geburt ihres kleinen Neffen. Einige Geheimnisse rund um Baby Nummer 3 warten aber nach wie vor darauf, gelüftet zu werden. Sowohl das Geschlecht als auch der Name des neuen Erdenbürgers sind weiter unbekannt. Im Rahmen einer Fragerunde wollte ein User kürzlich wissen, warum sich Sarafina und ihr Ehemann Peter, 30, erneut vom Geschlecht ihres Kindes überraschen lassen wollen. Weil es nochmal ein Highlight ist bei der Geburt, so die Begründung der Dreifach-Mama. Die Verkündung des Namens stellt für die Fans der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands immer ein besonderes Highlight dar. Für gewöhnliche Rufnamen ist der TV-Clan schließlich nicht gerade bekannt.